Stell dir eine Welt vor, in der deine kreativen Visionen keine Grenzen kennen. Eine Welt, in der Kunst und Technologie verschmelzen, um richtige Meisterwerke zu erschaffen. Willkommen in der Welt von Adobe Firefly. Du bist nur einen einzigen Schritt davon entfernt, ein Meister der digitalen Kunst zu werden. In diesem Kurs bekommst du den Schlüssel zu diesem Universum. In diesem Kurs erwarten dich viele coole Lektionen, wie zum Beispiel Text zu Bild. Verwandle Worte in atemberaubende visuelle Erzählungen. Generative Füllung und Farbe. Entdecke die Kunst des digitalen Malens mit innovativen Werkzeugen. Prompt Engineering für Firefly. Lerne kraftvolle Prompts zu schreiben, die beeindruckende Ergebnisse liefern. Die Integration der AI-Tools in Photoshop, Adobe Express und Illustrator. Lerne, wie man ChatGPT verwendet, um Firefly Prompts zu schreiben. Coole gemeinsame Projekte. Vom Thumbnail über Instagram Reels bis hin zum Bilder verschmelzen lassen. All das lernen wir zusammen. Und wir schicken sogar Firefly mit Journey, DALI und Stable Diffusion in den direkten Vergleich und testen dann die besten Ergebnisse. Dieser Kurs soll nicht nur eine Lernplattform sein, sondern auch eine Community von Gleichgesinnten, die sich darauf freuen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Vom Anfänger bis zum kompletten Profi. Hier ist für jeden etwas dabei. Und dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie besteht auch kein Risiko. Bist du bereit, ein Pionier in der Welt der KI-Kunst zu werden? Oder willst du einfach nur wissen, wie Adobe Firefly genau funktioniert und auch das Diffusion-Modell kennenlernen? Dann zögere nicht länger. Melde dich jetzt an und wir sehen uns im Kurs. Wir sehen uns im Kurs.